Die Schlosskirche Wittenberg, welche seit 1996 zum UNESCO-Welterbe gehört, ist Pilgerstätte für 160.000 Besucher jährlich. Martin Luther schlug am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an das Hauptportal der Kirche. Besucher können neben dem Besuch des Kirchenschiffs die 289 Stufen zur Aussichtsplattform des insgesamt 88 Meter hohen Kirchturmes besteigen und die beeindruckende Aussicht auf die Altstadt von Wittenberg genießen.